Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir machen heute einen Stadion-Vlog. Also wir fahren ins Stadion vom Offenbach und zeigen euch das ganze Stadion mal. Vielleicht können wir ein bisschen was aufnehmen. Ich glaube aber nicht wegen den Datenschutz-Rechtlinien. Und vielleicht treffen wir noch einen Abonnenten. Und ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was wir vielleicht noch so aufnehmen können. Also vielleicht Ideen, Fortnite mal wieder. Ja, ich würde sagen, könnt ihr einen Daumen nach oben da lassen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns auf der Autofahrt. Ciao. Mein Name war büscher Lief in die Kommentare. Es fiel in den Ereben! O-M-C-E-A-N! 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 Ich bin auf die Ehegegnung. Nur da ist Uhrzehn. Dann Jungschein! Ich ist sein und schießt ein Neuer! Ich bin auf die Ehegegnung! Wieder Nummer acht. Das habe ich hier heute. Mike. Nummer zehn. Drinnen. Nummer elf. Serkan. Achtzehn. Florian. 21. Julian. 23. Dennis. 26. Janekic. 29. Lucas. Und immer 32. Francesco. Ja, das war. Nummer 30. Sebastian. Hoor. Fluss. 2. 3. Die Schloss. Die Fluss. Die Fluss. Die Fluss. Applaus Und jetzt vorstelle ich euch die F1-F2 vom TV-Linnerspiel Die F1-F2 vom TV-Linnerspiel Himmel Bettzias »HELPM!CHI BEDT »DKHR CHUBJ SHIites 2 cracks stakes »HELPM!CHI BEDT Viele Tore uns erziehen, auch im Spiel werden voll getan sind, wir wünschen uns ein mehres Spiel. Leute, kommt zum Berg in Liebe, hier ist immer etwas los. Während die Kickers heute siegen, ist die Freude riesengroß. Anschluss, Tatsch, Flanke, Endball, Schuss und dann ein Tor. Wir haben die 70. Spielminute, Tor für den UFC, ihr folgt euch wieder um 18. Florian! Nächste! Florian! Nächste! Florian! Nächste! Damit euer Spielstand, Kickers! Freude! Ballwurf! Nächste! Jo Freunde, das war's in Floridorf, vielleicht nicht so viele Filme. Ich hoffe, es wird trotzdem gefallen. Die Tore haben wir drauf, aber halt nur die von Offenbach, weil die anderen interessiert keinen. Ich kann es euch auch ein bisschen sagen, es war halt einfach so, es war halt ein Konter. Und der Spieler vom Gegner hat dann einfach ein Torhüter ausgetribbelt und hat einfach ins leere Tor geschossen. Wenn ihr öfter so Vlogs sehen, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Kommentiert, was ihr noch so sehen wollt. Und ja, checkt unser Insta-Account aus, da heißen wir x.brothers.xyoutube, also unterstrich YouTube. Und ja, ciao!